Hallo, mein Name ist Isaac. Ich komme aus Costa Rica. Ich habe hier in der Schweiz seit 6-7 Jahren geleistet. Ich bin sehr glücklich, hier in einem Souffrettenhaus zu arbeiten. Mein Name ist Fabrizio Zanetti. Ich bin seit 2 Jahren im Souffretten-Kuchenchef. Ich bin aus St. Moritz und bin hier zuhause. Ich wurde ein Küche, weil es eine lange Geschichte ist. Als ich ein Kind war, war meine Mutter die ganze Zeit und ich musste etwas essen. Und ich habe angefangen, zu kuchen. Also, in einem Ort, in Costa Rica, in einem kleinen Ort, der Name ist Soda, mit meiner Mutter's Cousins. Und ich habe zu kuchen mit ihr, die ganze Zeit. Und wir vorbereiteten Chicken und ein paar Dinge. Es war wirklich lustig. Aber in der Anfang war es eine Necesität. Es war, ich musste etwas essen und ich habe zu kuchen. Und ich habe es lieb. Ich habe es nie zuhört. Ich wollte schon immer kochen werden. Als kleines Kind ist das für mich immer schon, ich sage nicht ein Traumjob, aber ich bin immer sehr gerne schon als Kind bei der Mutter oder meinem Vater in der Küche gestanden und habe mir geholfen kochen. Und dann, mit 13 Jahren, bin ich zum ersten Mal in den Palace gewesen, habe ich zum ersten Mal schnuppern und dann habe ich dort die Lehre gemacht. Für mich, das Essen ist Liebe, eine Passion. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Ich liebe es, ein Kind zu sehen, mit meinem Essen zu essen. Oder wenn ich meine Liebungen probiere, eine meiner Ceviche, eine meiner Tacos, eine der Dinge, die wir hier geben. Eine der Dinge, die wir hier geben, in generell. Ich meine, ich fühle mich. Ich fühle mich als Person, als Professioneller. Also für mich ist eine Küche speziell zu retten, ist für mich wie eine zweite Heimat. Also ich investiere da sehr viel Zeit und speziell im Winter und im Sommer bin ich, glaube ich, mehr in der Küche als sonst irgendwo. Küchechef zu werden, ist natürlich nicht ganz einfach. Man hat sehr viel gesehen, man hat sehr viel gelernt. Und dann ist ein Zeitpunkt, wo man dann selber angefangen hat, um selber Gerichte zu kreieren. Man kann auch immer etwas dazu lernen. Die Küche, die ich liebe, die Küche. Ich meine, meine Passion und meine Rüte sind in der Fläche. In generell, die Küche aus der Welt. Und jetzt, in Souffrette Stube, versuchen wir das mit Produkten aus der Region. Es ist etwas, das zu versuchen. Ich meine, eine Zeit in der Leben. Hier im Souffrette sind wir eine grosse Küche. Wir haben 40 Küche und das ist sehr viel mit Organisation zu tun. Disziplin auch dazu. Am meisten ist es etwas mit der Passion zu tun. Man muss es gerne machen und mit dem Team zusammenarbeiten. Das ist sehr wichtig. During the service and everything, I'm trying to be very relaxed. Actually, I'm a very relaxed person. It's not a job. I wake up every day with a smile. They are there, my co-workers. They know it's true. We have fun, we play, we have joy. Wie gesagt, es passieren immer aussergewöhnliche Sachen in der Küche. Aber ich finde es immer schön, wenn wir auch für Hunde kochen dürfen. Und wenn sie Geburtstag haben, wird es auch im Souffrette immer schön zelebriert. Perlich gerne. The strangest thing ever happened to me in the kitchen? You don't want to know that. You really don't want to know about it. Leave it like that. Tombstone ».